So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Ich muss noch die Dezember-Übersicht machen, weil morgen ist schon Raid-Boss-Wechsel, dann ist Herakium weg, dann kommt ein neuer Raid-Boss. Und eigentlich ist eh alles bekannt, aber es ist nicht jeder in irgendwelchen News-Gruppen oder guckt immer so auf die komischen Seiten. Es gibt trotzdem noch Leute, die verlassen sich auf mich, dass ich das ankündige. Und die sagen, Ramses, warum sagst du denn nichts? Deswegen, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass vielleicht noch eine schöne Twitter-Übersicht auf Deutsch erscheint, aber irgendwie musst du diesmal GoHub das übernehmen, weil Niantic nichts mehr macht. Das ist jetzt auch auf Englisch, das ist alles komisch und deswegen, du hast alles übersichtlich da, das stimmt, ja. Aber ich will ja immer direkt auf das Offizielle eingehen. Damals gab es, wie gesagt, die Blog-Posts, da stand alles drin, nacheinander, schön bebildert von Niantic, das fand ich richtig toll. Dann haben die die nicht mehr gemacht, haben nur noch eine verpixelte Twitter-Grafik gemacht. Jetzt hat man immer auf die Twitter-Grafik gewartet, bis die dann irgendwann mal auf Deutsch gepostet wurde. Also da, ja, war wieder, redet man nicht drüber, ne. Und jetzt ist auch die nicht mehr da. Also selbst die macht Niantic nicht mehr, postet nicht mehr oder was, ich weiß es nicht. Vielleicht kommen die auch in drei Monaten und zeigt uns, was wir die letzten drei Monate verpasst haben. Wir haben jetzt trotzdem die hier von GoHub. Erstmal, was für euch vielleicht interessant ist, was hier oben auch als erstes steht, Shadow Raids, also Krypto Raids. An den Wochenenden wird es weiterhin, äh, macht wieder gar keinen Sinn, jetzt steht hier, Weekends Only During Oktober. Es ist doch aber schon November und die neue Season beginnt im Dezember und die geht drei Monate. Aber im Dezember wird es wohl dann also auch wieder weiter Krypto Zapdos geben. Krypto Arctos war jetzt schon drei Monate da, dann kam das nochmal einen Monat zurück, hatte vier Monate. Mit dem Main hätte ich da so viel gemacht, aber mir reicht, dass ich überhaupt einen Zapdos beim Habanero, bei dem Free-to-Play-Account habe. Ansonsten interessieren mich diese Shadow Raids an den Wochenenden gar nicht mehr, also ich werde da auch gar nichts mehr machen. Es nervt aber, dass wenn du irgendwas anderes machen willst, überall plötzlich diese Krypto Raids da sind und die normalen Raids verdrängen. Es ist einfach zu viel, ich finde es ist einfach zu viel. Was haben wir denn im Feldforschungsdurchbruch? Im Feldforschungsdurchbruch im Dezember habt ihr Miniras, was sehr selten ist. Wer da Bonbons braucht, die Weiterentwicklung noch braucht, kann hier zuschlagen. Ihr habt Labras, ihr habt Galapandimos, ihr habt Galasmokmok, ihr habt Quafwaf und ihr habt hier Viscora, sage ich einfach. Ist Viscogon, ist Viscera von der WWF genau. Das ist halt, wenn nichts dran steht, da hast du Brettschiss. Alles kann shiny sein, bis auf das Miniras. Den Rest, der hier drauf steht, hat man trotzdem schön übersichtlich auch auf den deutschen Sachen, die gepostet wurden, aber nicht in der Übersichtskrafik, sondern anders alles aufgeteilt. Da wollen wir jetzt mal hinkommen, weil ich das, oh falsches Fenster, da wollen wir mal hier hin, ja jetzt habe ich das recht, warte, so, guck mal wie kompliziert das ist. Jetzt kann man es groß machen. Inhalte im Dezember, Featured Pokémon, es wird neu Gelatini in Shiny geben. Das ist doch Grund zur Freude, oder nicht? Da freuen sich doch alle, so eine schöne Eistüte. Wir haben die Raids der Stufe 5, wir haben die Mega Raids aufgelistet. Das ist das, was die meisten ja sowieso interessiert, was für die meisten am wichtigsten ist. Unter diesen wird auch wieder das Kanal-Maskottchen bestimmt, denn seitdem es keine Raidmania mehr gibt, wo der Raidmania-Gewinner das Kanal-Maskottchen bestimmt, werden wir immer unter denen Abstimmung machen. Letzten Monat fandet ihr Terrakium als coolstes Pokémon des Monats November, was kam, deswegen ist er auch hier unten rechts noch in der Ecke. Jetzt kommt Regiram, Sekrom, Kyurem, Regigigas und als Mega Raids eben Mega-Sherox, Mega-Altaria, Mega-Rex-Blizzard, Mega-Fernondor. Ich würde vielleicht, ich glaube, ich kann 5 Optionen mal auswählen. Regiram, Sekrom, Kyurem, Regigigas und Mega-Rex-Blizzard zur Auswahl dann stellen. Für Nondor, Altaria, das gefällt mir jetzt nicht so, Mega-Sherox. Regiram, lass mal weg, ne? Die anderen würde ich zur Auswahl stellen, aber das kommt dann auch irgendwann noch. So, erstmal morgen ist Raid-Boss-Wechsel. Morgen ist Raid-Boss-Wechsel auf Regiram. Gleichzeitig mit Regiram, was vom 1. bis 9. Dezember erscheint, erscheint auch wieder Mega-Sherox. Ich habe bisher noch keinen Mega-Sherox entwickelt auf dem Free-to-Play-Account, das heißt, ich müsste einen Mega-Sherox-Raid machen. Und alle anderen Pässe würde ich wohl trotzdem ins Regiram stecken. Weil das ein guter Drachen- und Feuerangreifer ist. Ich könnte es euch empfehlen. Ich hatte auf dem Haupt-Account auf jeden Fall 200er Regiram. Die waren richtig cool, auch als sie ihre besonderen Attacken noch gekriegt haben. Wohl brauche ich den als Feuerangreifer. Ich habe doch Flampivian und ich will doch eigentlich ohne Legendäre spielen. Ich müsste eigentlich die Pässe für andere Sachen ausgeben, um meine Trainerhoffnungsmedaille zu pushen. Euch würde ich aber empfehlen, wenn ihr richtig Bock aufs Game habt und noch einen Haupt-Account habt, macht Regiram-Rades. Mega-Sherox ist jetzt meiner Meinung nach nicht so wichtig, aber Regiram, da könnt ihr ruhig mitnehmen und könnt euch ein gutes sichern. Ist natürlich auch als Shiny verfügbar, Mega-Sherox auch. Am 9. Dezember wechselt das Ganze dann vom 9. bis 16. auf Zekrom. Zekrom und Mega-Altaria. Mit Mega-Altaria kann man gut den Typ Fee boosten. Bei Community Days habe ich ansonsten noch nie eingesetzt zum Kämpfen oder irgendwas. Zekrom hatte ich auch 200%iger auf dem Haupt-Account. Ist auch ein richtig cooles Pokémon. Gefällt mir sogar noch besser als Regiram. Ist auch mega nützlich, mega stark. Ist natürlich auch wieder ein Drachentyp. Ist aber auch Elektro. Ich habe selbst auf dem Free-to-Play-Account jetzt keine guten Elektro-Angreifer. Das heißt, vielleicht würde ich, so wie ich jetzt alles in Terrakium gesteckt habe, nächsten Monat alles in Zekrom stecken. Alle Sonderbonbons. Und das Beste, was aus der Woche Zekrom da ist, dann ein bisschen pushen vielleicht als Elektro-Angreifer. Denn Zekrom, dieser schwarze Latex-Mann, gefällt mir besonders gut. Wäre mein Highlight hier von den Raids. 16. bis 23. Dezember kommt dann Kyurem und gleichzeitig auch Mega-Rex-Blissar. Mega-Rex-Blissar, finde ich cool. Kannst du Pflanze boosten, kannst du Eis boosten. Habe ich aber, glaube ich, auch noch nie mitgekämpft. Kyurem hat auch seine super Attacke bekommen. Da war der dann nützlicher. Hatte ich auch, glaube ich, 200er. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt jagen. Da wäre für mich Zekrom besser. Ihr könnt, wenn ihr das Shiny noch braucht oder so, das Shiny sieht auf jeden Fall cool aus. Finde ich auch das Shiny von Kyurem besser als Zekrom und Regiram, muss ich sagen. Kyurem das beste Shiny, von denen die hier stehen. Dann haben wir Regigigas vom 23. Dezember bis 1. Januar. Gleichzeitig mit Mega-Fernon-Tor. Mega-Fernon-Tor ist, glaube ich, auch nicht so stark. Regigigas erreicht massig hohe WP. Aber wegen Typ-Normal kann das halt leider auch nix. Regigigas habe ich ja ein Krypto-Regigigas von Giovanni bekommen. Das heißt, ich habe den Pokédex-Eintrag von dem Ding auf dem Free-to-Play-Account. Und weil er an sich nix kann, könnte ich ja da auch die Raid-Passe nutzen für andere Sachen. Für Einer-Rades, für Dreier-Rades. Was halt total Quatsch wieder ist, aber trotzdem, ich machen muss für die Medaillen. Ansonsten hatte ich auf dem Haupt-Account 400%ige Regigigas. Auch shiny Regigigas. Also alles ist shiny, was ihr hier seht. Aber, ja, was ist euer Highlight von den Raids, von den Mega-Rades, von den Fünfer-Rades? Was werdet ihr suchten? Wo werdet ihr rein-cashen? Oder braucht ihr das alles nicht? Habt ihr das alles schon? Jetzt drückt mal wieder hier drauf. Gehen hier rüber, die daraus resultierenden Raid-Stunden sind dann natürlich am 6. Dezember Regigigam, am 13. Sekrom, am 20. Kyurem, am 27. Regigigas, immer von 18 bis 19 Uhr, also jeden Mittwoch. Und Krypto Zapdos erscheinen an Wochenenden im Dezember bei Krypto-Rades. Also die Grafik von Pogo Hub, die kannst du dir eigentlich schenken. Dann hast du noch Rampenlichtstunden. Während am Mittwoch immer Raid-Stunde ist, hast du Dienstag immer Rampenlichtstunden, immer von 18 bis 19 Uhr. Wir haben am 5. Dezember Barschwa, mit doppelten Fang-Bong-Bongs. Wir haben am 12. Dezember Europe, mit doppelten Verschickt-Bong-Bongs. Wir haben am 19. Dezember Schnäppke, mit doppelten Entwicklungs-EP. Und am 26. Dezember Gelatini, mit doppelten Fang-Staub. Am interessantesten jetzt für euch wäre bestimmt Gelatini, weil das ja zum ersten Mal als Shiny verfügbar ist. Gleichzeitig hat es auch den besten Bonus mit Fang-Staub. Am nützlichsten ist wahrscheinlich gar nichts. Nein, Barschwa finde ich jetzt nicht nützlich. Europe, ja, Yukon können manche in der Liga nutzen. Gelatini, ja, ist vielleicht selten, weil es nur im Winter kommt, wer das durchentwickeln will. Ist aber auch nicht sonderlich stark, denke ich mal. Schnäppke hat ja dann seine Mega-Entwicklung noch hinten dran. Da kann man Bonbons sammeln, ein gutes Exemplar sich sichern. Das Shiny sieht auch richtig cool aus. Alle vier sind als Shiny verfügbar, aber ich glaube, Gelatini wird für die meisten aktiven Spieler die interessanteste Rampenlichtstunde sein. Ist natürlich am 2. Weihnachtsfeiertag. Ob da überhaupt jemand spielt, weiß ich nicht. Und dann kommt jetzt das Wichtigste, was ich nämlich auf dieser anderen Grafik alles auf Englisch steht und da keiner durchblickt. Die Events, die jetzt angekündigt sind. Wir haben schon ein Infovideo gemacht für den Raid-Tag mit Hisui Admurai. Am 3. Dezember, das ist diesen Sonntag. Da habe ich Bock drauf, wieder die sechs freien Pässe wegzumachen. Mit Pupsi Spaziergang zu machen. Und mal zu gucken, wer einen Shiny kriegt. Wer nicht, ist ja nur ein 3er-Raid. Dann wird zu zweit also auch richtig gut machbar sein. Dann vom 5. bis 8. Dezember gibt es ein Event entlang der Routen. Viele wollen gar keine Routen mehr machen, weil die Angst haben, gebannt zu werden. Was da dann von euch wieder verlangt wird, das seht ihr dann. Da gibt es sicherlich bald Infos. Aber entlang der Routen, da kriegt man schon Gänsehaut so ein bisschen. Am 9. Dezember gibt es dann ein Event. Fangkunst Eis. Kann ich mir gerade gar nichts darunter vorstellen. Gab es sowas schon mal? Fangkunst, wo man irgendwas machen sollte? Und diesmal Fangkunst mit Eis. Ich brauche glaube ich noch Eis-Pokémon für meine Typ-Medaille. Das kommt mir aber sehr gelegen, dass sowieso jetzt Winter wird. Das ist sehr cool. Dann haben wir vom 11. bis 15. Dezember. Adamante Zeit. Keine Ahnung. Sehen wir dann. 16. und 17. Dezember. Der Super-Community-Day im Dezember an beiden Tagen. 14 bis 17 Uhr. Da geht die Post ab. Haben wir auch Infovideo gestern gemacht dazu. Was wann erscheint. 18. bis 25. Dezember. Die Winterfeiertage Teil 1. Ich rechne wieder mit einem neuen Pikachu. Mit einem neuen Kostüm. Was winterlich und shiny daherkommt. Vielleicht ein paar andere Pokémon, die auch wieder ein Weihnachts-Outfit bekommen. Despot da mit Weihnachtsmütze. Wäre einfach mega genial. Wird aber wahrscheinlich nie kommen. Ansonsten sind die Weihnachtsfeiertage und Events auch eigentlich immer eine tolle Zeit. 18. bis 25. Dezember. Und wenn man genau unten drunter schaut. Vom 25. bis 31. Dezember habt ihr die Winterfeiertage Teil 2. Das ist wie beim Halloween-Event auch aufgeteilt auf zwei Bereiche. Dazwischen habt ihr am 23. Dezember noch einen Raid-Tag mit Dami-Tier. Also die ganzen Paldea. Ne, Hisui. Die ganzen Hisui-Sachen und Formen werden jetzt irgendwie reingebracht. Aber immer wieder über Raid-Tage. Und am 23. und 24. Dezember Winterwunderland. Das klingt ja schon wieder toll. Und genau da, wo die meisten keine Zeit haben und dann Angst haben, was zu verpassen, setzt die Leute schön unter Druck. Mir ist das alles nicht mehr wichtig. Ich sammle nichts mehr. Keine Shinies, keine Hunderter, keine Legendären, keine Luckies. Also es dümpelt bei mir nebenher. Aber bei Forschung versuche ich trotzdem irgendwie Forschungen zu machen. Aber ja, die Weihnachtszeit wird trotzdem jetzt noch stressiger und noch schlimmer als denn je. Auf die Raid-Tage freue ich mich aber. 23. Dezember, das passt. Der letzte Raid-Tag letztes Jahr mit Hisui. Aktilias war ja direkt am 24. Das hat ein bisschen reingegrätscht. War aber machbar, auch mit Stream. Diesmal am 23. mit Dami-Tier. Wird gemacht. Ist sicherlich auch nur ein Dreier. Wie eben der Hisui Ad-Murai am 3. Dezember. Ansonsten müssten das, glaube ich, alle Infos gewesen sein. Hier ist nichts mehr, hier ist nichts mehr, hier nicht. Da auch nicht. Und wenn ihr euch nochmal die Super... Achso, hab ich kaputt gemacht. Die Super-Übersicht hier angucken wollt. Da steht eh auch nochmal alles drauf. So, was sind eure Ziele? Ich würde vielleicht gucken, dass ich ein paar Seckrom-Raids mache und Sonderbonbons aus allen anderen Raids dann in Seckrom reinstecke. Wie ich das eben bei Terrakium jetzt gemacht habe. Bei den Mega-Raids jeweils ein Raid, dass ich da auch mal eins entwickeln kann. Um da auch ein bisschen die Medaille zu pushen und so weiter. Ansonsten konzentriere ich mich auf verschiedene, diverse, kleine Raids, denke ich, um da die Medaille zu pushen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.